Die Kickers spielen ab sofort jeden Tag. Zumindest auf der PlayStation, Xbox oder dem PC. Zum Verkaufsstart des Kultspiels FIFA 17 haben die Kickers sogar eine limitierte Ausgabe mit eigenem Cover herausgebracht. Als einziger aller deutschen Erst- und Zweitliga-Vereine übrigens. Für die Fans offenbar ein absolutes Must-Have. Zum Verkaufsstart bildete sich bei Expert Back in Würzburg schon lange vor dem Beginn der Signierstunde eine riesige Schlange. Wir sind jetzt seit zwei, nein, seit drei sind wir da. Das ist was ganz Besonderes, also mit meinem Sohn, weil ich erst mal auf der Gamescom habe mit ihm dann die FIFA 17 schon gespielt habe. Ich habe gesagt, das kaufe ich dir absolut. Also das kriegst du von mir geschenkt. Und jetzt mit dem Cover, ich sage, da müssen wir hoch. Aber ganz wichtig war, dass wir die Hausaufgaben machen. Zockst du auch mit deinem Gegenstand? Ja, ich habe sie versprochen. Und dann kamen sie, die neuen Cover-Boys der Kickers. Von den Fans wurden Elias Soriano, Clemens Schopenhauer und Emanuel Tafferzofer mit Applaus begrüßt, ehe es ans Signieren der Kickers-Version von FIFA 17 ging. Ja, natürlich ist es ein schönes Gefühl. Vor allem noch mit dem Bild vorne drauf von uns. Und ich stelle mal, wir drei spielen das Spiel auch gerne selber daheim. Umso schöner ist es dann. Ja, ich muss am Anfang Playstation zu spielen. Also das habe ich bislang noch nicht so oft gemacht. Aber das kann ja noch werden. Erste Partie. Für dich würde ich dann sagen Kickers gegen? Werder Bremen. Ich mache gleich mal Karrieremodus. Schauen wir mal. Wahrscheinlich gegen Braunschweig. An die 1000 Spiele signierten die Kickers-Stars geduldig, posierten für Fotos oder hatten Zeit für ein kurzes Gespräch. Am Ende des Tages konnte denn auch Dietmar Schäff von Expert Back eine mehr als positive Bilanz ziehen. Ja, also so ca. 3000 Stück haben wir jetzt unters vollgebracht mit dem Kickers-Cover, wo wir wirklich auch stolz drauf sind, dass wir das auf die Beine stellen durften zusammen mit den Kickers. Und ich denke, dass wir heute Abend ausverkauft sein werden. Nun also werden Tausende Mainfranken dank FIFA 17 zum neuen Kickers-Team. Und wo das hinführen soll, ist auch klar. Ja, erste Liga und mal schauen, wie weit es noch international. Schauen wir mal. Na dann, viel Spaß beim Zocken.